Hm? Komm, wir gehen. In den schattigen, kühlen Wald. Was meinst du? Hey, Kater Odin. Hey, ja. Allem nachjagen. Ja, so ist er. Ja, ist ein mächtiger Baum. Komm. Ja. Hat es überall etwas zu spielen? Ja. Ja. Schauen wir mal, ob wir bis zum Bienenhäuschen kommen. Wenn es uns nicht zu warm ist, hm? Ja, mein Grosser. Mhm. Ja, ist das so meine Puppenhase. Puppenhäsli. Hm, sehe ich voraus? Weißt du? Ja, bist du schon ein Grosser, hm? Doch nicht. Oh, oh. Es war fängig. Ach, ist genug, gell? Ja, wir wollen das nicht. Ja, es war fängig. Es war fängig. Ja, das war fängig. Ach, es war fängig. Ja, es war fängig. Ja, es war fängig. Hä? Ja, was denn? Hä? Memo, Wittor? Schon langmählich, Toh? Hm? Leicht denn? Rass! Und jetzt Wasser? Hm? Magst du noch einen Schluck? Ja, du! Mach mich schnell zu dem Muckengebiet raus! Ja, genau! Ja, richtig! Ich komme! Uh! Ich komme! Jetzt sind wir dann beim Wasserschloss. Ja, da war ich noch nie. Ja, da war ich noch ein Mies. Da sollen wir noch ein Mies fangen. Ja, da war ich noch nicht. Euch ist schon so viel mit und ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt war es zum Schluss. Komm, holt ihn. Hm, tapferen sie. Ja, machst du gut. Komm. Oh, da ist denn immer le Wisse. Hm? Ja, jetzt herkommen wir mal. Jetzt her können wir auch wieder. Ja, wir gehen da rauf, ja. Hey. Hä? Odin, komm. Wir gehen da rauf, ja. Ja, machst du gut. Ja, bist du ein feiner Bub. Hä? Ja, ja. Ja, in die Richtung hoppeln wir los. Hm? Nein, nein, nein. Nein, bist doch kein Geisschen. Hey, fühlst du dich noch nicht so wohl auf dem offenen Feld. Ja, gehen wir wieder in den Wald. Hä? Ja, bist du ein schlösser grauen Wald. Und nicht ein wieser Katz. Kein Odin. Hm? Nicht ein bisschen oben runterkommen? Ja, gehen wir wieder in den Wald, hä? Ja. Tapferen Odin. Ja, bist du ein tapferen Odin? Ja, ja, ja. Dann haben wir zuerst den Waldrand unter die Lupe. Oh, stürmische Luft, hä. Stürmische Luft, ja. Komm, ab und übergang. Ja. Wir dachten, du dich. Ja. Wir dachten, du dich. Ja. Sollen wir das Pech in den Kerb ziehen? Der Baum mit den komischen Löchern. So, das war der einmal. Und das interessiert dich gar nicht, diese Löcher. Das interessiert dich gar nicht. Ich habe mich so befohlen mit Löchern. Und nicht, was immer das gemacht hat. Ja? Hey, sind wir wieder da? Weg retour. Den kennst du jetzt schon, hm? Nicht zwei neue Wege, Heimtag. Hä? Stiefli. Ja, genau da. Darab gehen wir. Hey, mein Tapfer. Da muss ich voraus, doch. Trotz allem noch. Hm? Na so, komm. Komm. Odin. Hey, hey. Komm. Schnell auf die Ferse. Hä? Hä? Ja, wie ein grosser Tapfer. Baumbesteiger, hä? Ja, da kommt ja. Wirst halt besser. Oh, dreckig bist du. Ach, Maus. Hm? Nochmals Spiele, ich vorlaufe da hinten rein. Hä? So wie sonst. Hey, du bist auch. Hey, da ist auch. Wir müssen dich absaugen, bevor du ins Haus kommst. Komm. Ja, komm. Heimwärts. Hä? Oben. Hm? Du erinnerst schon sehr am Findu. Hat der auch immer gemacht. Hey, Waldläufer. Ja. Hä? 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 Komm. Komm. Baut er ab. Hä? Hä? Springst du jetzt im Zickzack auf jeden Baum? Hä? 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 Ja, ich mache das alle gleich. Teddy macht das also mit mir. Nur einmal nie reinwählen. Ausgerechnet, hä? Ja, 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 ja. Das war jetzt aber... Hä? Anstrengend gewesen. Hm? Komm. Letzte Etappe. Ah, du siehst aus, ey. Ah, du siehst aus, ey. Hä? Du siehst aus, ja, du siehst aus. Schau mal das an. Ja. Ja. Dreckige, navigische Waldkatz. So sieht es aus, wenn man nicht daheim ist. Ja, komm. Hau sie. Also komm. Komm. Wettrennen. Bodin. Bodin. Ja, haben wir es. Nachmittag muss ich arbeiten. Hä? Gut, haben wir es noch genutzt. Gut, haben wir es noch genutzt. Ja. Gut, haben wir es noch genutzt.